Da hinten ist Party angesagt. Welcher vorne war ja auch noch ein bisschen. Die Ziege zum Beispiel. Die von Zweckläufe. Kannst du ja treffe mich echt. Ja, ich hab... Ähm... Schon ein paar von diesen Teilen gespielt. Yeah! Oh, komm her! Kann die auch irgendwie was Cooles? Ja, das findet auch alles. Ja, in der Vergangenheit, die Spiele, die ich dann von Lego hatte, da war es echt immer schwierig, genug Coins zusammenzukriegen. Und deswegen bin ich hier so klein nah darauf, um nur den Coins zu sammeln. Weil es nachher echt schwierig wird, sonst. Irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt hat man dann genug. Braucht gar nicht so viel mehr sammeln. Aber ehe das soweit ist, braucht man sie halt nicht so undringend. Also ein bisschen sammle ich noch und dann... Da mach ich mich hier mal wieder auf eine nächste Mission. Ah, den nehmen wir doch mit hier. Sonst ist man ja hier nur am Klop. Was kann die denn? Einfach laufen kann sie. So, dann wollen wir doch mal zum Dorf-Hass. Was ist denn da so los? Und er hier? Was hat... Sagt er? Oha. So. Wir waren es nicht. Okay. 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 Ah, hier kann man reingehen. Da sind einfach nur ein bisschen... ein paar nette Sachen. Wo sind wir hier? Ach, hier waren wir schon, ne? Hier sind noch ein paar Sachen. Hier oben sind noch ein paar... Hier sind echt viele Sachen zum Zermöbeln. Damit haben sie echt nicht gegeizt. Ja, aber scheint ja vielleicht auch so, dass man sie dann braucht, ne? Umsonst ist das ja bestimmt nicht. Aber wir wollen jetzt mal zur Party gehen. Die geht man dann ja auch irgendwann im Kreis. Hobbits sind auch ewig nur am Feiern, ne? Ja, aber so sehen wir auch ein bisschen... langsam was von der Umgebung. Heißt, würden wir hier durchheizen? Alles zermöbeln. Alles zermöbeln. Ja, wie gesagt. Man kann hier ja wirklich alles zermöbeln. Wir machen hier den ganzen Gemüsemarkt. Und die Kitties freuen sich. Den Hocker nehmen wir auch noch mit. Oh. Da haben wir einen, einen geklatscht. Das soll natürlich nicht sein. Äh. Kamera kann man auch drehen. Sehr gut. Oh ja, da waren... Die blauen, die bringen am meisten. Warum schießt ihr mir den Weg? Die blauen bringen am meisten Punkte. Oha, ein Schwein kann man das... Ne, das kann man nicht zerklopfen. Das ist auch gut so. Ne, aber noch zwei Büsche. Ja, ich dachte, hier wären noch so kleine Quests. Habt ihr so... Ne, gedacht. Und dann kann ich mit denen auch nicht reden, ne. Sun mit seiner Schaufe hier, ey. Dreh die durch. Sun mit seiner Schaufe hier. Randali hier. Oha, der nimmt gar keine Rücksicht hier. Er kloppt alles zusammen, was in die Quere kommt. Sun bei ist hier schon zwei Hobbits auf dem Gewissen. Hier im Dorf. Macht sich hier gerade gar keinen guten Namen, aber ist ja auch bald back, ne. Hat ein Glück, haut er ab. So, den Hocker nehmen wir noch mit. Nicht zu oft hauen, sonst kloppt er wieder um sich hier. Der ist gar nicht so klein hier, das Dörfle. So, wo kommen wir von hier? Die Silbernen bringen natürlich am wenigsten. Kann man sich denken. Ach, da waren wir ja eben drin. Okay, dann sind wir hier also. Das heißt, wir sind hier auch gewesen. Ja. Dann geht's entweder hier weiter. Oder da. Schauen wir mal. Drücke B, um sie zu wenden. So, Karte. Kartenstatue entdeckt. In Hobbingen. Okay, das ist ein bisschen anders aufgebaut, als die anderen Teile, wie ich sie zuvor kenne. Heraussuchen. Heran zoomen. Der schwarze Reiter. Könnte wohl unsere nächste Mission sein. Die zeigt uns also an, wo wir als nächstes hin sollen. Hier, Fragezeichen, da. Das könnte ein Mini-Quest sein. Und hier wohl die Anzeige wo noch Dinge zu holen sind. Okay, den können wir dann wahrscheinlich logischerweise nicht zerkloppen. Macht ja Sinn. So, ein bisschen hier. Okay, der Tränen kann er also auch. Gut zu wissen. Er ist einfach zu dick. Er geht einfach runter. So, was haben wir hier? Lego-Feuer. Was bringt da noch ein Lego-Feuer? Biss mehr, ne? Tja. Sieht einfach nett aus. Aber er kann natürlich auch sein, da vorne ist ja auch irgendwie noch so ein Teil zum Ziehen. Dass es damit noch irgendwas auf sich hat. Werden wir wahrscheinlich alles noch entdecken. Je nachdem, ob er... Eigentlich kommt man ja nicht mehr nach Hobbingen zurück, ne? Wenn man erstmal aus der Stadt raus ist, ist man raus. Oder? War das nicht so? Ah, da oben ist ein Ziegel. Da komme ich aber nicht hin, oder? Ne. So, was haben wir hier? Angeln. Merry kann mit seiner Angel an Lego-Angelstellen angeln. Merry haben wir aber nicht. Also, nix mit Angeln. Wir müssten aber da noch mal irgendwie was pflanzen, oder so, ne? Woviel haben wir ja noch gar nicht. Gepflanzt. So, was haben wir hier? Auch nicht für uns. Die hatten wir ja auch schon unterwegs gesehen. Boah, alle runtergefallen. Was soll das denn? So, klopfe ich dann auch die Dinger ein, wenn die alle runterfallen. Ja, alle. So, da sind noch ein paar blaue. Die möchte ich natürlich auch gerne noch haben. Blaue geben nämlich noch viele, 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 viele Punkte. So, müssen wir die Kamera mal ein bisschen drehen. Ja. Uah. Yo. Sehr cool. Fett, der Hobbit. Wow. Wow. Hat er ja doch noch geschafft. So, äh, wo gehen wir denn jetzt lang? Die Karte kann man hier... Doch, Karte kann man ansehen. Wir sind hier. Da soll ein Brief sein. Zielort festlegen. Jo. Haben wir. Ja. Also, ich seh keinen Brief. Das war doch irgendwo hier angezeigt, oder? Hm. Ah, das ist ja eigentlich nicht... Ach nee, Gun Life war ja schon da, ne? Das mit dem Feuerwerk und so. Ah, da kann er was machen. Das ist ja eigentlich nicht so großartig. Oh ja, da kann er nicht so großartig sein. Oh ja, da kann er sich hinter. Hm jetzt nicht so großartig. Ja, die Frage genauer er auch wrong. Das ist ja eigentlich noch so großartig. Die Pflanze können wir nicht zerhauen, ne? Oh, Entschuldigung. Also eigentlich gehen wir hier in die falsche Richtung, oder? Wollen wir mal gucken. Ne, eigentlich ist es genau die richtige Richtung. Aber da sollen noch ein paar Sachen sein, ne? Also einen haben wir. Und die anderen haben wir alle ausgelassen. Machen wir die jetzt noch? Nach Hobbying kommen wir ja bestimmt nicht mehr zurück. Zielort festlegen. Ja. Zielort. Genau, habe ich gemacht. Aber, woran sehe ich denn? Ich weiß, man sieht ja aber gar nicht, wo man dann lang muss, oder? Da oben ist einer drinne. Jetzt muss ich mal gucken nochmal. Karte ansehen. Ja, da oben ist einer, ne? Okay, dann sind das vielleicht auch Teile, die man noch nicht bekommen kann. Weil man dafür noch nicht die richtigen Charaktere hat. Ja, dann würde ich einfach sagen, gehen wir hier weiter. Mal ein bisschen was sehen hier von der, von der Welt, oder wie, oder was. Ich weiß. Das ist jetzt. Ja.